Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 7. Wir haben einiges entdeckt, haben hier ein bisschen durch die Gegend gefuchtelt, gemacht und getan. Das einzige Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich fast durch bin. Ich habe eigentlich jemanden besiegen wollen, der sich hier auf dem Weg zu unserer Festung gemacht hat, so ein blauer. Und der blaue war doch tatsächlich einer von denen, die wir besiegen mussten, um einen Auftrag zu erfüllen. Damit ist Brennender Stolz durch. Wir brauchen nur noch gierig und grimmig, das heißt 50 Drachenstahl, 50 Schattenstahl und 50 Sternensilber. Das Sternensilber haben wir schon, Schattenstahl und Drachenstahl sind die einzigen Dinge, die uns noch fehlen, so wie 100.000 Gold, aber das haben wir auch innerhalb von 10 Tagen nicht mal. Also, tun wir jetzt so, als wären wir noch großartig durch die Gegend laufen und ein bisschen was erobern wollen und anschließend beenden wir diese Mission. Endlich, es wurde aber auch Zeit. Die Grünen, die hauen wir jetzt erstmal weg, weil mir die total auf den Senkel gehen. Ah, hintenrum, okay, das kriegen wir auch hin. So, das ist die erste Festung. Achso, nee, das ist bloß was zum Leute einsammeln. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich die Festung, wo ist die denn? Ist sie das? Das ist sie! Und die ist leer! Da steht nicht mal jemand. Ja, ist ja megamäßig geil. Die Festung gehört uns. So schnell kann es gehen, Leute. Nummer 1 haben wir. Nummer 2 müsste hier oben irgendwo sein. Auf geht's, ab nach oben. Denn da sehe ich noch irgendwas Grünes. Das muss noch dem Grünen gehören. Und wir lassen einfach die Tage vergehen und gewinnen. Einfach so. Auf geht's. Da ist das Meisterdomizil. Und da sind die bösen Leute, die wir noch besiegen müssen. Kriegen wir das hin? Werden wir es schaffen? Werden wir gewinnen? Jetzt laufen sie schon wieder an mir vorbei. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Tod und verderben. Diesen dummen Reitern. Ui, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Auf geht's. Mach mal eine Autoschlacht, da habe ich kein Bock drauf. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Warum kümmert er sich eigentlich nicht erst in die Ferne? Du bist so doof. Aber du hast es geschafft. Sehr schön. Ein Knicks und alles ist gut. Mittlerweile sind wir auch schon Stufe 41. Weil wir hier die ganze Zeit gelaufen sind und gekämpft haben. Und da ist die Festung, die ich haben will. Aber die kamen von oben links. Also wird dort noch eine große Festung sein. Sonst könnten sich keine Leute lassen. Eine Schnellschlacht. Das war's. Dankeschön. Wir haben sogar noch genug Geld, um die Festung wieder aufzubauen. Da haben wir jetzt eine Zwergenfestung draus gemacht. Oh, was ist das? Was nennen die Elfen also ein Smaragddrachen? Der Grund ist klar. Die Edelsteine auf dem Rücken sind ein Vermögen wert. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Den Elfen wird's nicht gefallen. Aber wir kümmert's. Das ist die Frage. Drachenernte. Nächste Aufgabe. Besiegt die Smaragddrachen. Wir sollen zehn Armeen besiegen. Von Smaragddrachen. Ach, du arzt es nicht. Die sind überall verstreut. Äh, nee. Das muss ich nicht unbedingt machen. Was gibt's als Belohnung? Drachenstall und Schattenstall. Blödsinn. Kriegen wir auch so. Nonsens. Da kommt der schon wieder. Ist nicht. Du wirst hier nicht vorbeikommen. Du kommst nicht. Vorbei. Autoschlacht. Na also, geht doch. Wenn die Bärchen erstmal dran sind, dann ist der Rest auch weg. Okay, das war's. Gewonnen. So, weiter. Was ist das? Schon wieder ein Basisdomizil? Brauch ich nicht. Hier muss irgendwo eine Festung sein. Da vorne ist auf jeden Fall ein Smaragddrache. Und wir haben's gleich geschafft. Wir haben gleich gewonnen, wenn das so weitergeht. Du kannst bleiben, wo du bist. Du auch. Wir lassen einfach die Zeit vergehen. Oh, er haut ab. Da oben muss die Festung sein. Oder ist das wieder nur eine Ablenkung? Es war nur eine Ablenkung. Ich könnte euch alle in der Luft zerreißen. Da ist die Festung. Jetzt hole ich mir erst die Festung. Das ist mir zu doof. So, die gehört uns. Und anschließend bist du dran, Yvon. Bleib hier. Du hast keine Leute mehr bei dir. Du hast keinen, der dich beschützen kann. Wir kommen immer näher ran, aber es reicht nicht ganz. Jetzt hat er sich die Festung wieder geholt. Das ist aber nicht schlimm. Wir töten ihn jetzt erst. Und anschließend holen wir uns die Festung. Go, go, Power Ranger. Okay. Auf geht's. Die haben wir weg. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Und rein in die Festung. Gut. Wir haben alles erobert. Die Grünen können jetzt nichts mehr machen. Außerdem noch irgendwo eine andere Festung. Das glaube ich zumindest. Das wird wahrscheinlich weiter im Norden sein. Oder im Süden. Und wenn, dann ist es auch nur ein kleines Dummizil. Also nichts Besonderes mehr. Gucken wir uns mal in Ruhe an. Oh, geschafft. Wir haben gewonnen. Endlich. Ihr kennt die Redensart, wehe dem Besiegten? Leider war dies nie zutreffender als unter Hathors Herrschaft. Nachdem er jegliche Opposition besiegt hatte, fühlte sich Hathor unüberwindlich. Sein Blick wendete sich sofort noch größerer Beute zu. Auf Befehl ihres Königs marschierten Hägiers Männer raubend und plündernd nach Westen und über die Grenze nach Irolan. Doch Eris hatte die Elfen vorgewarnt. Sie waren vorbereitet und Hägier lief ihnen in die Falle. Um seine Gier zu stillen, hatte Hathor seinen besten und einzigen Freund in den Tod geschickt. Was glaubt ihr, wie Hathor auf die Nachricht reagierte, sein bester Freund sei gefallen? Er lachte und sagte, nur die Starken würden überleben. Wie ihr sagtet, Schwäche durfte er nicht zeigen. Die ganze Herrschaft beruhte auf dieser harten Fassade. Ihr habt wohl recht, Milord. Es ist leicht zu vergessen, dass Hathor einst ein Held war und sich nur an den späteren Tyrannen zu erinnern. Eines ist sicher. Trotz des Rückschlags in Irolan saß er sicherer auf dem Thron als je zuvor. Erwähnenswert ist auch, wer Hägier als Führer des Grimmstahl-Clans nachfolgte. Das war Tolga, unser heutiger König. Der gute Tolga, den werden wir wahrscheinlich auch noch kennenlernen. Damit wurde Herzen aus Stahl geschafft. Wieder ein neues Achievement bei Steam und Uplay freigeschaltet. Ich liebe mein Leben. So, wir gehen noch einmal in die nächste Karte, gucken uns noch das Intro an und dann beenden wir erstmal die Aufnahme. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis gleich. Helden! Helden regenerieren jeden Tag Mana in Abhängigkeit von ihrem Geistattribut. So begann Hathors Herrschaft. Und das Feuer seines Willens schmiedete ein neues Grimmheim. Ein Grimmheim aus kaltem Stahl, das Schwäche nicht duldete. Und wo nur die Stärksten überlebten. Ein Grimmheim, wo Macht vor Recht erging. Wenn die Zwerge etwas brauchten, versammelten sie die Kriegstruppen und holten es sich von den Nachbarn. Diesen Teil der Geschichte kennt ihr bereits, Lord Iban. Euer Volk hat die Überfälle weder vergessen noch vergeben. So wenig wie die Elfen in Irolan. Doch da tobte schon eine neue Schlacht. Die Schlacht um die Seele der Zwergenrasse. Das erste Zeichen war im großen Arkad-Tempel zu beobachten, wo das heilige Feuer erstarb. Dann erloschen die Vulkane. Einer nach dem anderen. Im nächsten Jahrhundert verwandelte sich Grimmheim in eine eisige Einöde. Für einen jungen Runenpriester namens Kari gab es keinen Zweifel. Arkad war böse auf seine Kinder. Tief im Herzen wusste er, dass Hathors Lebensart die Quelle des Übels war. Er redete mit Hangwul, der nun Hohepriester war. Doch Hangwul, der Hathor das Leben verdankte, hörte nicht auf ihn. Hatte Hathor Grimmheim nicht vor dem Untergang bewahrt? Die Vorstellung, Arkad könne so einen Helden ablehnen, war lächerlich. Er hatte die lange Schwäche der Zwerge den Drachen erzürnt. Etwas anderes auch nur anzudeuten, kam verratgleich. Hangwul schickte Kari ins Exil ans Ende des Zwergenreichs. Und zwar zum Außenposten Sudgert auf der Argin-Halbinsel. Und da komme ich, Wilma Björns Dottir, ins Bett. Obwohl ich erst drei Dekaden später eine aktive Rolle darin spielen sollte. Milady, ich habe euch gesucht. Hallo, Karis Gaxson. Ihr seid sehr fröhlich heute. Heute ist der Jahrestag meiner Ankunft in Sudgert. Heute vor 30 Jahren haben wir uns kennengelernt. Wirklich? Wie die Zeit vergeht. Schlaft ihr besser? Eure Träume in letzter Zeit, die euch nach Grimmheim zurückrufen... ...sind nur die Folge meines Heimwegs. Kein Grund zur Sorge. Doch was ist mit euch? Ihr wirkt bekümmert. Ei, eine weitere Familie ist verschwunden. Ziegenbauern. Bei Seehafen. Wie vom Erdboden verschluckt, wie die anderen. Ich bin Schildmaid von Sudgert. Die Leute stehen unter meinem Schutz. Oder sollten es vielmehr. Wie ich höre, wurde kürzlich ein Gefangener in den hiesigen Karka überführt. Ob das eine Nachforschung wert ist? An diesem Punkt sollte jeder Spur nachgegangen werden. Das sollte es. Das sollte es. Sehr schön. Also, wir sind jetzt Stufe 4. Wir haben nur noch die beiden. Das heißt, Helgear und Hathor und wie sie nicht alle heißen, sind nicht mehr bei uns. Die kennen wir nicht mehr. Die sind nicht mehr unser. Wir haben eine eigene Festung oben und wir können uns durch die Gänge der Zwerge stehlen, um irgendwas zu machen. Ich hoffe, dass wir irgendwann nicht Hathor begegnen, denn der war ziemlich kräftig. Der war ziemlich gut. Und wenn ja, dann müssen wir auch irgendwie mindestens Stufe 41 werden in den nächsten drei großen Missionen. Gucken wir uns an, ob wir es schaffen im nächsten Part. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und freue mich drauf. Bis nachher.